jetzt william ganz starke flanke bernhard den ball bekommt er nicht richtig platziert eine tritt er nicht richtig voll und das ist dann kein gefährlicher kopfball bernhard er schießt ein fantastischer treffer guter ball nach draußen die flagge kommt gut rein alexis sanchez da kommt er nicht richtig dran mit dem kopf war geht vorbei da fehlen vielleicht ein paar zentimeter sonst hätte es gefährlicher werden können den ball kann er abfangen die mit rieber da verfehlt er das tor aus der distanz aber warum nicht mal versuchen er hat das drauf jetzt nimmt das alleine mit allen auf schlussversuch er trifft da geht sie noch mal dazwischen glück gehabt die chance wäre gut gewesen kopfball und nun ein schuss forsten aber da Ruhe 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 Ruhe